Ich meine, schauen Sie sich den Ausbildungsweg vieler Politiker an und dann wissen Sie, dass die eigentlich außerhalb der Politik Hartz-IV-Aufstocker wären. Ganz brutal gesagt. Also nicht als Scherz, nicht bösartig, sondern die müssen einfach nur die CVs... Man kann sich von jedem Politiker den CV aus dem Internet runterladen. Tun Sie das mal, machen Sie mal Stichproben. Und dann schauen Sie sich an, was die Leute gemacht haben. Und die Nachwuchspolitik sieht genauso aus. Also der Mensch, der BMW enteignen will, der hat drei Studien abgebrochen, zweieinhalb Jahre in einem Callcenter gearbeitet und das war's. Das ist unsere Elite, unsere Nachwuchselite. Politische Elite. Wir haben in anderen Elitebereichen leider ähnliche Probleme, nicht ganz so schlimm anders gelagert. Wir kommen würden.